Hallo zusammen, ich bin's wieder bei NITIM7 und heute stelle ich euch mal wieder ein paar Mods vor. Und zwar springe ich jetzt gleich mal in den Shop und wenn der PC das mitmacht... Ah, hier ist er. Wolle ich euch heute einmal recht weit unten den Mitsubishi Schneetruck vorstellen. Wo kommt er? Hier. L200 Schneetruck für 12.500 Euro. So, und dann als nächstes eigentlich noch zwei Pistenbullys. Komm. Oh, das ist so lang immer bei denen. Ah, jetzt. Und zwar sind die etwas weiter unten. Noch weiter unten. Hier. Einmal Pistenbullys 600 ohne Winde. Hier oben für 1450 Euro am Tag, recht teuer. Hier auch recht, naja, etwas billiger als normal. Kaufen den gleich mal. Und dann den Pistenbullys 600 Rettung. Ob man da eine Rettungsmission machen kann, weiß ich nicht. Das kann man ja gleich mal testen. Dann stellen wir gleich mal die Anzahl, die Mission. Wo sind sie? Auf alle zwei Minuten ein. Und fangen wir mit dem Schneetruck an. Was klappt er hier jetzt in der Leiter ein? Na, egal. Also Mitsubishi Schneetruck, eine Anhängerkupplung, die wahrscheinlich im Spiel nicht zu gebrauchen ist. Oder? Testen. Können wir gleich mal testen. Ob man die benutzen kann, die Anhängerkupplung. Ah, Ports. Fahrzeuge. Geräte. Anhänger. Nehmen wir gleich mal einen mittelgroßen Kipper. So. Ja, statt Räder soll es die Ketten. Vorne eben zum Schneeschieben ein Schild. Ob man es senken und heben kann, weiß ich nicht. Aber der wackelt hier schon. Der wartet schon, dass ich einsteige. Der ist schon unbekannt. Ich weiß nicht, dass es so laut wie der ist. So. Der ist schon unbekannt. Das 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 ist schon unbekannt. Wie könnt ihr das? Werden wir jetzt nicht gut zu çift. Das ist schon unbekannt. Wir sind nicht schon unbekannt. Das ist gar nicht so unbekannt. Und noch nichts mehr Person. Nein, nein, nein. Was denn was denn? Ja, das geht. So, begrüßt es noch ein bisschen und gehen zum Pistenpulli 600 ohne Winde, dafür mit kleinem Stahlgerüst, das sieht wahrscheinlich eigentlich ganz normal aus. Mal reinspringen, wenn man sich mal wieder akkontiert, werde ich jetzt mal so das brauchen. Und umlicht ist gelb, obwohl es hier rot ist. Das ist ablicht. Und unten. Okay. Ganz normal. Geplant wird er wahrscheinlich auch ähnlich. Ja, ist halt ein bisschen weniger. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist tausend schon los. Naja, gehen wir gleich mal zum nächsten. Pistenpulli 600 Bergrettung. Was hat denn der da hinten? Bergrettungsdienst Österreich. X-Leiter ausklappen. X-Leiter ausklappen. X-Leiter ausklappen. X-Leiter ausklapp. Das heißt ja der 1. Kommen wir da rein. Oh, die Tür geht auf. Oh, wir kommen sogar rein. Das ist ja cool. Das ist ja richtig. Toll. Das gefällt mir. Ich bin mit dem Erste Hilfe-Koffer hier mit der Liege. Das ist schön gemacht, steigen wir auch mal vorne ein, der hat nur ein Rüst, das ist blau und es macht Sirene dazu, das ist gut. Aber bevor wir damit losfahren und mal testen, wie schnell die Bergrettung hier ist, klappen wir erstmal die Leiter wieder ein. Ah, jetzt. Ich habe eine lange Zeit. Ich habe eine Tübe, die wir testen, wie sehr die Bergrettung hier ist. Jetzt habe ich auch das nächste, das ist ein Rüst. Wir fahren jetzt mal über den Ort, über die Stube, über die Stube, über die Stube. Die Stube, über die Fahrt, über die Stube, über die Stube, über die Stube. Die Stube, über die Stube, über die Stube. Ich habe mir noch einen Rüst, das ist alles gut raus. So, das ist mein Gott, das ist mein Gott, das ist mein Gott. Das kommt mir leider nicht aus, das kann ich nur aussteigen. Aber naja, der ist nicht so gut, das ist schon gut. Naja, das ist für unfällig, das ist nicht so gut. Und das ist nicht so gut, das ist mein Gott. Praktisch gesehen, in der Kalten, trägt sich der als Wissens, vielleicht. Ja, das ist 100 Jahre alt, schon gelegt. Aber das dauert einfach, bis der ein Wissens, das ist mein Gott. Und das ist mein Gott, das ist mein Gott. Puderische니er nennt Mali in Windstrom궁 type, also Weiß Priיו Ook Nels. Gya, das ist mein Gott, das ist dein Gott. Dann haben wir neighbor sphere zu fliegen, oder? Das ist mein Gott. Mit De например und Western WILLIAM patterns. Das ist ein Schwer, ich glaube es ist kein Sitz. Ja, da geht es eben aus auf der Mitte. Ja, das funktioniert sogar. Ich glaube es wird nicht mehr die Tür aufgenommen. Ja, das funktioniert sogar. Ich hoffe, ich muss mal eine Tür aufmachen, weil wir da so eins sind. Also, das ist ja eigentlich das, was wir sehen. Ich steige den raus. Ich weiß, ich soll mal da jetzt nicht einfach mal auf der Piste halten, aussteigen. Ich weiß, ich soll den jetzt mal wegbringen. Aber, da das ja kein ernstes Spiel für mich ist. Für den vielleicht schon. Ah, das ist ja schön. Der liegt hier sogar. Komm her raus. Und wieder raus. Und wieder rein. Hallo. Reingeht nur hinten. Naja, steigen wir mal ein. Die Tür ist immer noch offen. Egal. Ah, gut. Ich fahre jetzt gerade nur gerade ausgehen. So, dass ihr es hier seht. X. So, ich fahre jetzt mal. X. Oh, naja, eigentlich habe ich es. Das ist ein bisschen toll. Eins würde mich interessieren. Zwar um den Auto. Auto, geh weg! So, ob er hochkommt, dann muss ich ihn hochfahren. Das war ja eine Idee. So, zweite Sache. Bist du sicher? Dann kommen wir uns jetzt mal schnell. Wir steigen aus und euch sage ich dann mal Ciao! Bis zum nächsten Mal!